An alle Einheiten, es geht los. Als ich ein kleiner Junge war, sah ich, wie meine Eltern von der Polizei erschossen wurden. Da habe ich mir geschworen, dass ich nicht aufhören würde, bis ich sie gerecht habe. Diese Entscheidung brachte mich hierher. Das ist eine Bank. Das ist übel. Beruhigt euch. Terra, deine Seite. Lass uns los! Jeder hier drin, sofort auf den Boden. Wir haben das gesamte Gebäude umstellt. Legen Sie die Waffen nieder und kommen Sie mit erhobenen Händen aus der Bank. Es gibt nur eine von zwei Erden, wie Sie diese Bank verlassen. Gefängnis oder Tod. Ladies und Gentlemen, das ist kein Banküberfall. Wenn Sie Ruhe bewahren, können Sie nach Hause. Ihr seid doch alle gleich. Nichts als Kriminelle. Wenn unser Leben nichts wert sind, dann wäre es vielleicht eine Möglichkeit, über ein Leben zu verhandeln, das alles wert ist. Sagen Sie mir, was Sie wollen. Wir fordern die Freilassung von Nelson Mandela. Sie haben eine Stunde, Captain. Was Sie hier zu tun versuchen, ist unmöglich. Wissen Sie, ein Mann sagte mal, es stand immer unmöglich, bis es getan wird. Wieso tun Sie das? Was beweisen Sie damit? Keiner von uns ist frei, solange nur einer von unseren Ketten liegt. Was ist, wenn wir daraus eine Bewegung machen? Kein Rückzug. Kein Aufgeben. Freiheit für next Mandela! Sie können sich hinter Ihrer Geschichte verstecken, nutzen Ihre Privilegien und das viele Geld. Aber Sie können nicht davor weglaufen, wer Sie wirklich sind. Ihnen bleibt keine Zeit! Das ist Ihre letzte Chance. Nicht schießen, ich wiederhole, nicht schießen. Ich habe 30! Nein! Was ist der Preis der Freiheit? Das weiß ich nicht. Alles.